V-Fans, ich merke mich nochmal. Also wunderbare Nachrichten aus dem Volksberg. Ich habe das auch nicht anders erwartet, aber die Spieler haben natürlich auf eine gewisse Summe bei ihren Gehältern verzichtet. Das finde ich sehr gut, ohne großes Terrain oder Aufgemache. Das hat geklappt. Ich habe das auch so erwartet, weil das alles ordentliche Jungs sind und die Geste sagt alles. So ist das. Alles solidarisch beim HSV. So will ich das hören. So ist Heldenpeter zufrieden. Alles klar. So, da wollte ich uns nur noch ganz schnell sagen, das war ja wichtig. Und dann auf nach Fürth und holt drei Punkte. Und dann ist die Wurst warm und dann machen wir alle weiter. Und dann haben wir drei Punkte und dann geht das weiter. Ich hoffe, dass das weitergeht überhaupt mit dem ganzen Corona-Scheiße. Alles klar, nur noch HSV, da wollte ich noch was sagen. Alles Gute, Jungs. Tschüssi. Tschüss.